Huch, du bist ja schon da. Ach, ich habe ja die Werbung abgeschaltet. Ich begrüße dich zu den Nikon News Nummer 19, wieder mit interessanten Einschätzungen zu den neuen Produkten von Nikon. Mein Ziel für das zweite Halbjahr 2022 ist, meine Reichweite zu steigern. Und ich habe gedacht, vielleicht honoriert ihr das ja mit dem Abo, wenn ich die Werbung abschalte. Also meine Videos in Zukunft und übrigens auch die alten Videos, wenn ihr da noch was anschauen möchtest, starten sofort ohne Werbung. Wie findest du das? Schreib es gerne mal in die Kommentare. So, nun kommen wir aber zur Z30 und dem neuen 400mm Teleobjektiv fürs Z-System. Okay, kommen wir als erstes zur Nikon Z30. Nikon Z30 ist eine besondere Kamera, eine preisgünstigere, kompakte APS-C Kamera oder wie es im Nikon-Sprech heißt, im DX-Format. Und diese Kamera hat keinen elektronischen Sucher, nur den Monitor. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Und damit möchte Nikon erreichen, dass Content Creator, dass Vlogger, dass Menschen, die auf Social Media unterwegs sind, dass die vom Smartphone umsteigen auf diese unkomplizierte, aber eine deutlich höhere Bildqualität abliefernde Kamera umsteigen. Die Kamera ist ohne Objektiv deutlich unter 1000 Euro kostet die und mit Objektiv wird die 1000 Euro Marke nicht überschritten. Das einfach mal so zur Einordnung. Nur mal ein paar technische Spezifikationen. Also rund 21 Megapixel-Sensor. Natürlich kann die mit 4K filmen. Allerdings keine Zeitlupe. Maximal 30 Bilder pro Sekunde. Aber dann im Full-HD-Modus mit 120 Bildern pro Sekunde. Eine super Zeitlupe. Damit kann man schon wirklich spannenden Content produzieren. Die hat keine Aufnahmebeschränkung oder beziehungsweise nach 125 Minuten ist die Videoaufnahme beschränkt. Und auch eine relativ hohe CM-Bildgeschwindigkeit von 11 Bildern pro Sekunde. Eine elektronische Stabilisierung des Bildes. Also wenn du die Kamera so hältst, dass sie dann elektronisch stabilisiert wird und sie hat keinen stabilisierten Sensor. Ja und was natürlich fürs Vloggen wichtig ist, ein Monitor, den du ausklappen kannst. Und wenn du ihn ausklappst und quasi im Porträt-Modus hast, dann ist er auch befreit von allen Informationen, sodass du dich optimal sehen kannst. Neben diesem Selbstporträt-Modus des Monitors hat die Kamera noch weitere interessante Video-Features. Zum Ersten ist der Videoaufnahmeknopf sehr zentral positioniert, sodass du in jeder Position den leicht bedienen kannst. Also auch im Selfie-Modus kannst du den gut erreichen. Dann gibt es ein Stereo-Mikrofon. Dazu gibt es auch noch so kleine Windpuschel. Und damit hat die Kamera natürlich nochmal eine deutlich bessere Tonqualität. Also nicht nur Bild- und Videoqualität, sondern auch Tonqualität als ein Smartphone. Und dann ganz spannend und damit setzt sich die Kamera auch vom Wettbewerb ab und das ist in der Praxis wirklich sehr hilfreich. Ein sogenanntes Tally Light, also ein kleines rotes Aufnahmelicht vorne an der Kamera, wo du dann auch ein Feedback kriegst, ob die Aufnahme wirklich läuft. Und dann auch hinten, wenn du den Monitor zurückklappst, so einen professionellen roten Rahmen um den Monitor, sodass dort auch ganz, ganz deutlich wird. Nicht nur mit so einem kleinen roten Punkt, den man mal überseht, wenn er nicht leuchtet, sondern da kannst du ganz deutlich erkennen durch diesen roten Rahmen, ob die Aufnahme läuft und alles in Ordnung ist. Du hast eine vollwertige APS-C Kamera, kannst sie sehr individuell einstellen, aber auch einen Automatikmodus nutzen. Also alle die Content Creator, also alle die, die Social Media Content erstellen wollen und sich mit der Technik nicht so auskennen, können auch mit dieser Kamera sozusagen Automatikfunktionen nutzen und ganz hervorragende Video und Ton und Bildaufnahmen machen. Der Monitor ist übrigens 3 Zoll groß und du kannst wie bei auch anderen Z-Kameras benutzerdefinierte Einstellungen speichern unter den U1, U2, U3 Menüs. Wer eine Z6, Z7 hat, kennt dieses und ist natürlich auch praktisch, um ganz schnell zwischen verschiedenen vorkonfigurierten Einstellungen hin und her zu schalten. Und last but not least, du kannst die Kamera auch über USB-C als Webcam nutzen. Also wirklich sehr universell einsetzbar, die Kamera. Und ich habe sie mir noch nicht gekauft. Warum ich sie mir möglicherweise kaufe, sage ich dir gleich. Ich habe sie aber bei Nikon bestellt. Ich habe Nikon angefragt, ob sie mir nicht in absehbarer Zeit mal ein Testmuster senden können, das ich dann für euch ausführlich teste. Für meinen mobilen Content nutze ich ja einerseits die Z9. Damit erstelle ich so klassischen B-Roll, kann umschalten zwischen Foto und Video. Das ist natürlich super praktisch, da habe ich eine tolle Qualität. Aber ich nutze auch eine Z6 II als Vlogging-Kamera oder als Zweitkamera, wenn ich Outdoor unterwegs bin. Und diese Kamera hat natürlich noch mal ganz neue Funktionen, die das Vloggen erleichtern. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich auf meine Z6 II, Z6 verzichte und diese Kamera quasi als Zweitkamera verwende. Denn sie wird leichter sein. Und sie hat eben noch mal diese speziellen Funktionen, das Tally Light. Und durch den fehlenden Sucher ist sie auch noch mal leichter. Und das ist natürlich eigentlich ideal als Zweitkamera. Also ich bin wirklich sehr gespannt auf diese Kamera. Und sie würde meine Videoproduktion möglicherweise noch mal produktiver machen. Und auch eine Kostenersparnis darstellen. Doch jetzt kommen wir aber zum 400mm Offenblende 4.5. Ein super leichtes, kompaktes, schon fast hätte ich gesagt, immer dabei Supertele. Vor kurzem habe ich ja das 100-400mm Supertele Zoom-Objektiv fürs Z-System getestet. Das Video verlinke ich dir mal hier oben. Kannst du dir im Anschluss anschauen. Und auch nochmal findest du einen Link unten in der Videobeschreibung. Und das ist ja auch ein sehr, sehr spannendes Objektiv. Und nun gibt es eine 400mm Festbrennweite mit Offenblende 4.5. Und ich denke, es drängt sich auf, diese beiden Objektive zu vergleichen. Aus dem Grund nenne ich dir bei den technischen Daten auch immer ein bisschen die Vergleichswerte von dem 100-400mm. Also das 400mm ist, wie schon gesagt, ein sehr handliches Objektiv mit einem Gewicht von nur 1245g. Das Zoom-Objektiv, das ist kein Wunder, das wiegt rund 200g mehr, nicht ganz. Aber das spielt nicht so eine ganz große Rolle. Nichtsdestotrotz ist natürlich bei dem 400mm auch die Lichtstärke noch ein bisschen größer. Die Länge der Festbrennweite ist ein bisschen größer. Die Länge beträgt 200, ich runde mal auf, 235cm, während das Telesoom 222mm lang ist. Beide Objektive haben ja einen sehr, sehr leistungsstarken Bildstabilisator. Und das war ja einer der wichtigen Qualitätsmerkmale des 100-400er. Und ich gehe davon aus, dass im Prinzip dieselbe Technologie, dieselbe Stabilisierungstechnologie auch in der Festbrennweite eingebaut ist. Denn sie kann laut Nikon 5,5 Lichtwerte, Blenden oder Verschlusszeit rausholen, entsprechendes Bild stabilisieren, sodass du mit 5,5 weniger Licht arbeiten kannst. 5,5 Blendenstufen weniger Licht. Wenn du das Ganze mit einer Z9 oder einer ähnlichen Kamera, die möglicherweise in Zukunft auf den Markt kommt, kombinierst, dann reichst du sogar 6 Lichtwerte. Und ich habe das ja getestet bei dem 100-400er und ich sage mal, ich bin über meine eigene Vorstellungskraft hinausgegangen, was die Länge der Verschlusszeiten anbelangt. Ich glaube, ein Zwanzigstel konnte ich noch aus der Hand halten bei 400 Millimeter und ich gehe davon aus, dass wir diese Stabilisierungsleistung auch in der Festbrennweite sehen. Und das ist natürlich eine ganz hervorragende Leistung und damit sind natürlich tolle Dinge möglich, weil du dadurch entsprechend geringe ISO-Zahlen hast und deswegen möglicherweise die etwas kleine Blende mit Blende 4,5 kaum mehr eine Rolle spielt. Soll ich eine Prognose wagen, wie dieses Objektiv die Festbrennweite mit 400 Millimeter im Vergleich zum 100 bis 400 Millimeter abschneidet? Das 400 Millimeter hat ja eine gute Bildqualität im Bereich 100 und das Tolle ist, die Bildqualität, insbesondere die Schärfe, steigert sich immer weiter bei 400 Millimeter. Denn, sind wir mal ehrlich, auch das 100 bis 400 Millimeter wird wahrscheinlich von vielen eher in dem langen Brennweitenbereich eingesetzt werden. Und ich gehe jetzt davon aus, dass die Festbrennweite noch einen Tick, das wird ganz schwierig sein, das 100 bis 400 Millimeter nochmal zu toppen, aber ich gehe davon aus, dass die Festbrennweite nochmal einen Tick schärfer ist. Aber ich möchte prognostizieren, dass der Schärfevorteil in der Praxis keine Rolle spielt. Das wird ein rein messbarer Schärfevorteil sein, aber kein praktischer. Warum? Natürlich nutzt auch dieses Objektiv Super-ED, ED und SR-Glassorten, die dann die Farbfehler korrigieren. Es hat 19 Linsen in 13 Gruppen und das Zoom-Objektiv hat 25 Linsen in 20 Gruppen. Und einfach, weil das Zoom-Objektiv, ja, das geht gar nicht anders, Zoom-Objektive haben immer mehr Glas und aus dem Grund wird das 400 Millimeter einen kleinen Vorteil haben und da wird auch der Gewichtsvorteil herkommen. Das Objektiv ist wieder so aufgebaut, dass der Schwerpunkt optimal ist, also wenig Gewicht im vorderen Bereich des Objektivs und die Linsengruppen hat Nikon im Wesentlichen ganz nah am Body positioniert, sodass du das Objektiv auch sehr gut aus der Hand halten kannst. Und das bietet sich ja auch gerade an, insgesamt durch das beherrschbare Gewicht, aber natürlich auch nochmal durch den tollen Bildstabilisator. Die kleinste Blende ist die Blende 32 und das Zoom-Objektiv 100 bis 400 hatte sogar bei 400 eine Blende 40. Ein wesentlicher Unterschied ist die Naheinstellgrenze. Die Festbrennweite liegt da deutlich hinter dem Zoom-Objektiv. Das ist ein ganz entscheidender Vorteil des Zoom-Objektivs, denn die Festbrennweite 400 Millimeter hat nur eine Naheinstellgrenze von 2,5 Metern und das Zoom-Objektiv hat ja eine Naheinstellgrenze von einem Meter. Also das ist spannend, da hat das Zoom-Objektiv einen deutlichen Vorteil und auf der anderen Seite hat die Festbrennweite dann natürlich wieder bei der Blendenöffnung kleinen Vorteil. Auch dieses Objektiv werde ich so schnell wie möglich testen. Ich produziere ja gerade ein Video zum Thema Wildlife-Fotografie, so dass ich, wenn ich es teste, gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Ich freue mich auf das Objektiv. Ich hoffe, du auch. Und schreib doch mal in die Kommentare, wie du so einen 400 Millimeter 4,5 einschätzt. Ob das was für dich ist oder ob du sagst, nein, wenn schon, denn schon, dann ein 400 Millimeter Offenblende 2,8. Ich habe meinen Kleinwagen schon verkauft und warte nur noch, bis es geliefert wird. Also ich würde mich in jedem Fall für die kompaktere, leichtere, kleinere und vor allen Dingen auch preisgünstigere Linse entscheiden, wenngleich sie mit 3.700 Euro den Geldbeutel schon extrem entlastet. Und natürlich würde mich auch interessieren, wie schätzt du die Z30 ein? Ist es eine Kamera aus deiner Sicht nur für Vlogger? Oder könntest auch du dir vorstellen, das als Erstkamera, als Einstieg ins Z-System zu nutzen oder als Zweitkamera? Ich habe ja schon gesagt, für mich wäre es als Zweitkamera durchaus interessant und ich finde es super gut, dass Nikon jüngere Zielgruppen anspricht und dass Nikon einen sehr, sehr preisgünstigen Einstieg ins Z-System ermöglicht. Schön, dass du bis zum Ende dabei warst. Denk bitte mal nach, ob du jemanden kennst, an den du das Video weiterleiten kannst. Für mich, und ich denke, es ist auch in eurem Interesse, ist es wichtig, im zweiten Halbjahr nochmal meine Reichweite zu erhöhen, damit ich noch mehr Chancen habe, auch von Herstellern unterstützt zu werden und Technik ausleihen kann, die ich für euch testen kann und über die ich dann interessante Videos machen kann. Vielleicht kannst du mich ja unterstützen, indem du das Video mal weiterleitest an jemanden, den dieser Kanal auch interessieren könnte und den ich noch nicht erreicht habe. Und natürlich hilft mir auch immer dein Abo, deine Glocke, die du einschaltest und dein Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. In dem Sinne, freue dich aufs nächste werbefreie Video. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.